Und ich bin Spahnleute, herzlich willkommen wieder zurück zu Commander Conquer 4 und weiter geht's. Ja, Kinder, ihr wurdet in die Irre geführt. Aber der Scharlatan wurde ausgemerzt. Daher schließt euch mir an und wir werden gemeinsam ein vereintes Nord gründen. Schließt euch mir an und wir werden gemeinsam aufsteigen. Frieden durch Wach! Commander, sind sie verletzt? Null. Commander, ihr Leben und damit auch Keynes Plan hängt am seidenen Faden. Fürs Erste hält sie ihre neue DNA abheben, aber sie sind nicht unbesiegbar. Wir haben einen GDI-Crawler mit medizinischem Gerät geortet, der sie bis zu ihrer Evakuierung am Leben halten kann. Übernehmen sie den Crawler und schlagen sie sich zu dem nahegelegenen Flugfeld durch. Okay, machen wir mal. Oh, oh, das sieht nicht gut aus mit uns. Ausgeblutet. Sie verbluten ja. Schnell, übernehmen sie einen GDI-Crawler. Das ist ihre einzige Chance. Sie ist einfach... Geht's doch richtig ab. Ich gehöre Ihnen. Ja, Herr. Warten Sie, Commander. Oh, 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 oh. Ah, hier. Jawoll. Los Leute. Wir müssen den GDI Crawler übernehmen, also schützen Sie Ihre Ingenieure. Das hast du schon gesagt, ne? So, die nächsten, würden wir auch mal. So. Nix da. Boah, hier müssen wir noch so durchschlagen. Okay. Ah, der hat ja zum Geschütz gemacht. Will den ja nicht viel bringen. Man, das ist mein Ingenieur. Ich bin in Ruhe. So, der nächste ist jetzt auch dran. Wow, 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 wow. Komm schon, das schafft ihr. Okay, okay, soweit so gut. So. Ah, okay. Fingen Sie den Crawler zu uns, damit wir sie stabilisieren können. Okay. Oh, das ist ein Titan. Das ist ein Titan. Keine Ahnung, wer Sie sind oder was Sie zu tun gedenken. Aber bringen Sie den Crawler sofort zurück. Ha. Denkste. Ja. So, wir müssen jetzt da hin. So, dann Crawler, komm mal mit. Gut. Ja. Wir werden jetzt den Crawler da hinbringen. Dann wird der, äh, stationiert halt oder so. Mal gucken. Und, äh, ja mal gucken wie es auf jeden Fall wird. Weil ich bin echt mal so gespannt wie jetzt das Finale von der Nordkampagne sein wird. Weil die GDI, äh, hat man das ja soweit schon gesehen. Und, äh, ja, ich hoffe es hat euch soweit mit der GDI Kampagne gefallen. Hier mit der Nordkampagne sind wir auch fast durch. Und, äh, ja, ich würde mal gerne wissen wie ihr so die Nordkampagne hier findet. Bei, äh, Commander Conquer 4. Ja, ihr könnt auch gerne ruhig dann die anderen Commander Conquer Teile anschauen bei mir. wie mit Varian Wars, Keynes Rache oder eben halt, ähm, Larmischofro 3. Auch natürlich alles am PC gespielt. Ich hatte das auch mal auf Konsole mal gespielt, auf der 360. Aber ich habe irgendwie gedacht, okay, hol's dann mal auf PC und spiel's dann nochmal auf PC. Ihr Körper ist stabil, denke ich, aber wir können sie keinesfalls ausfliegen bei all diesem Chaos. Wir müssen zu einem Heliport. Mhm. Neues Einsatzziel erhalten. Feindliche Einheiten für sich. Feindliches Kommando geordnet. Eingetragene Einheit geordnet. Feindlicher Crawler geordnet. Wenn das Ding einen Kratzer hat, bezahlen sie den Schaden. Du, Mann, hier. Tun auch immer schön Witze reißen hier, ne? ISS nicht verfügbar. Wir können uns den Nord-Truppen nicht zu erkennen holen. Na denn? Holen wir sie uns. Ich mache den ersten Schritt. Jetzt seid ihr da. Wir hören erst auf, wenn alle erledigt sind. Aufstehen! So. Ich lasse Einsatzbereitung. Ich lasse Menschen. Ich lasse. Drei. Ich lasse, die hier sind. Ich lasse. Ich lasse. Beste, die der Vorstand. Es ist auf der Fall. galt. Es ist auf der Fall. Ich lasse. Schäden am Crawler stören unsere medizinischen Systeme. Wenn sie ausfallen, werden wir sie nicht am Leben halten können. Verstehen Sie? Ja, okay. Chill. Chill Baby, chill. Ich tu ja mein Bestes. Schon wieder hier irgendwelche Panzer von GDI. Man, geht doch vorwärts. Ja, klar. Nun, Mammutpanzer, warum denn auch nicht? Klar. Ist ja nix. Mammutpanzer, nein. Warum auch? What the fuck say? Hey. Scheiß drauf. Es ist einfach ruhig Mammutpanzer ein. Ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem. Nein. Ich selber mag ja den Mammutpanzer. Ich bin ja auch immer gerne gespielt und so. Aber der haut ja richtig rein. Warte mal. Warte mal. Habe ich hier irgendeinen? Ne. Habe ich glaube ich gar nicht mehr. Ah, Ingenieur. Warte mal. Einen Ingenieur? Hehehehe. Hehehehe. Oh, ich bin so böse. Ich werde jetzt den Mammutpanzer für uns ergattern. Oh yeah. Und Titan MK2 nehmen wir auch mal ruhig. Bling. 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 Was machen wir denn jetzt? Da. Bling. 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 Schreib mal jo gleich. Bling. 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 So. Wir gehen richtig proportion. Mach uns aber nichts draus. Hier ist der Teufel los. Ach komm. WTF? Wo sind die auf einmal so viele? Das geht aber auch hier ab. Alter! Wo sind so viele Einheiten hier? Ach komm. Hier haben wir keine Angst, weil wir nicht befinden. Oh, komm. Eine Einreizung angeboten. Neues Unus Ziel erhält. Einreizung angeboten. Einreizung angeboten. Ja. Stabern wir jetzt da durch. Das GDI-Oberkommando ist informiert. Sie gehen nirgendwo hin. Hey. Ich bin voll mies drauf. Ja, ihr habt einfach viel zu viele Einheiten. Das nervt. Hm. Ich versuch das jetzt mal. Sie sich irgendwie zum Heliport durch. Ja, warum denn nicht? Hektik, mektik. Geil. Geil. Ja, los. Rein da in den Club. Na los, halte durch, Crawler. Halte durch. So, jetzt gucken wir mal, ob ich das schaffe oder nicht. Drückt mir die Daumen, meine Damen und Herren. War recht nicht einfach, war recht nicht einfach, aber wir haben es geschafft. Ruhe dich aus, mein Sohn. Dein Leiden ist nicht vergebens gewesen. Eine Einheit verloren. Wow. Ruhe schafft. Wo der Sieg zählt. Er ist aufgewacht. Hi, es ist so schön, dich zu sehen. Ich weiß, das ist dein Gesicht und dein Körper. Ich weiß, das bist nicht du. Aber das ist mir egal, okay? Ich sehe, du bist es. Ich sehe es in deinen Augen. Stehen Sie auf. Wir gehen. Nein, er ist gerade erst aufgewacht. Es gab fünf Implantate. Jetzt gibt es nur noch eins. Und zwar nur noch sieben. Ich habe hier tausende von Jahren zugebracht. Nur für diesen einen Moment. Ich fand die Menschen in Schlammhütten, selbst in Höhlen vor. Durch mich stiegt ihr empor. Ich fühlte euch auf den richtigen Weg. Und jetzt haben wir fast das Ziel erreicht. Wenn das TKN online geht, kriegt ihr euren Planeten wieder. Und ich kann unwiderruflich hier weg. Tun Sie mir diesen letzten Gefallen. Betreten Sie den Turm. Und der Preis ist so gering. Tja. Tja.